Die Fans kennen und lieben sie in ihrer Rolle als Notärztin Dr. Sarah König. Jetzt muss der Schauspielerin Caroline Frier jedoch auch im echten Leben ran. Auf einer Party waren ihre Arztkenntnisse gefragt. Als Resolut-Notärztin Dr. Sarah König rettet Caroline Frier, 41, in der Vorabendserie die Landarztpraxis regelmäßig Menschenleben. Doch plötzlich wurde aus der Fiktion Realität, sie musste einen Rettungseinsatz im echten Leben übernehmen. Caroline Frier, Party entpuppt sich als Ernstfall. Eigentlich wollte die Schauspielerin nur privat auf einer Party abhängen. Doch es kam anders. Plötzlich brach eine Frau zusammen, Kreislauf-Kollaps. Zwei Gäste schauten panisch zu Caroline und fragten, was machen wir? Ich habe gesagt, Beine hoch. Cola. Keine Ahnung, ich bin kein Arzt, erzählt sie mit einem nervösen Lachen. In diesem Moment spürte sie den Erwartungsdruck. Davor haben mich die Leute immer gewarnt, sobald du eine Ärztin spielst, werden die Leute das sagen, erklärt sie. Mit Herzklopfen und einer Mischung aus Adrenalin und Unsicherheit versuchte Caroline, die Situation zu meistern, und schaffte es. Danke.